hallo und herzlich willkommen hier zweiter folge hier hier was hat noch vor ist das war ein bisschen mehr ruhe letztes mal war im lager hier bambuli gleich aufbau von 45 eingeboren kicken roten dabei leichen sagt ja ich gehe weiter zwar links zum großen see und dann vielleicht zurück nach hause mal schauen da ist ja leider die mauer nicht fertig das war ja ganz gerne offline gestern also gestern in geben vorgestern eingeben und sie im tag da hat nicht sein sollen da hätten es machen kann aber eine schaufel normalerweise die müssen als nächstes finden ja dass die große achse schon ganz gut ich mache das leichte die sache er pustet was sind die was sind die typen hier kann die bar die hoffen ganz geil dass ich heimlich schon mal weg hier jetzt mit uns haben passiert das sind so kam kurz von bogen gebaut aber könnte ich sein man war es am auge behalten was hast du probleme ein see mal gucken ob wir da irgendwas machen können oder ob da wirklich noch und schaufelbar weiß ich nicht genau knacken die gelenke die fingergelenke frei für die rente hier muss was sein aber wo ja 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 die tatler gefunden haben in der höhlenwelt ist ja auch nicht ganz ohne da sollen ja auch mutanten geben wenn ich hier welche findet mit blöcke raus oh 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 ja das akkuschraube alle hohe mal gucken ja müsste was zu essen sein roßfleisch hat sich nahe gehalten äpfel bin nicht alleine da ja die tür zu war oder ist das steckstück saukroboter komm hier nicht rein ohne karte also essen haben wir genug da kommen die reihen nur jeden schrank alle haben sie hier gehabt das sind bolzen oder armbrust hier geht's nicht weiter wo haben sie genug energie hier ein stück speckstück also ich hoffe mal ich habe nichts mehr sehen das war nur gelegen bin ich mal alleine das ist schlecht das ist manche das glaube ich ich glaube ich muss weg hier sind mir ein paar Typen bei die verfolgen mich ich gehe mal ein bisschen nach wo man es einsehen kann dann mal gucken die Karte gehen wir hier links und zwar dahin oh bringt sie hier ein schönes gerne danke ich würde dir gerne was gehen aber geht doch nichts essen kochen Fisch hält sich roh nicht lange und auch Fleisch nicht wenn er überhaupt lange halbbar ist was für die Ere gehabt ich kann ihm auch nichts geben nur schreiben ja gut das ist auch so ein arm als menschliches Wesen gehen wir ganz ruhig ja den nächsten kann ich waren ja aber ich könnte was essen ne das war nicht gar ich gehe aus dem nächsten Ziel ich gehe mal wieder ab hier ich will nichts von euch ich hoffe von mir auch nicht den englischen und jahren so eine Insel das ist echt so da ist jeder da nicht der Fremde ist für eine Gründe umgebracht hat endlich da soll man nicht hingehen und sagen hier hallo kein Pflugger 1 was ja auch schon mal gewesen ne oder das ist leider nicht so erfolgreich da bringt nichts geben wir uns auch in unserem Haus denn hier brauchen wir eine Schaufel der nächsten grünen Punkt gehen ich kann ja auch schon lila Punkt gehen das ist ja bald wieder nachts ja der Winter ist früh da man kann doch nicht einstellen wenn die Jahrzeiten dauern ne das geht nicht wenn ich gehe hier bleibe nicht da oben links war da schon mal gewesen schon ach da ist er wir gehen mal nach Hause da können wir ein bisschen was ausbauen das geht das geht gespannung steht ist da können wir auch schlafen jetzt weiß ich bin so praktisch da wo wir alles gemacht haben unser traut ist heimlich zu sehen können wir zumindest erstmal schlafen wie es so aussieht da oben wieder immer leer machen so das sollte auch gewesen sein wir haben auch ganz kurz morgen geht es dann weiter sobald wir was weiter entdecken können oder hier aktionen auftreten dann hat man schütze tschüss dunkel weichern trauen